Das ist jetzt mein zweites Gericht. Wir haben hier einen Ritz-Tartan, typisch aus der Schweiz eigentlich, oder das ist so das gleiche Gericht auf den meisten Schweißenkarten. Mit Rettich, mit Malz, vor allem mit Krässen auch jetzt, also mit scharfen Krässen, mit Rettich-Kresse, Daikon-Kresse. Da haben wir ein bisschen Apfer dabei, also die Blut-Ampfer, Sauer-Ampfer, Schild-Ampfer, eben diese Säure-Proton, die wir essen. Also bei der Pfarrspeise, was ich mache, haben wir die, das ist schon gegessen, habe ich einen Mayonnaise raus gemacht, das ist ein bisschen ein halber Geschmack. Dann habe ich die Eier in Kalfi-Limetten und Karamon-Petter geschmott, also das ist geschmott, auf 63 Grad Konfiert, Schitake-Pilze, schön bein geschnitten, angeröstet, also circa 10 bis 20 Minuten im Fett dahin, gegrößtet, auch mit Kalfi-Limts, weil ich möchte so einen Citrus-Geschmack reinigen, dass ich nur den ganzen Salat mit dem Öl ein wenig abmariniert und drinnen hast du nachher das Säure-Spiel, weil wir haben die Oxalis dabei, dann kannst du noch ein bisschen die Honeycress dazu tun, dann haben wir noch ein bisschen eine Süße dazu, dann die Beans, die Bottom Beans, das ist ein Altersicht, hier gibt es wieder ein bisschen eine Frische rein, also soll, und darunter tun wir Kohlrabi, eigentlich soll es so ein erfrischender und ein leichter Crispet Salat werden. Ich versuche die Bratwurst ein Stück weit zu unterbrezieren, ich habe Schlammbratwürste gemacht, und möchte allerdings nicht einfach nur einen Senf dazugeben, sondern möchte wie so eine Art Tote Oma, das ist so ein uraltes, klassisches Gericht, das so ein bisschen mit starken Senf versetzt, bringen sie diese Süße gerade, damit es nicht zu scharf wird und abbrillt. Mal gucken. Coppercress war mir aber seit jeher schon ein Begriff, nun haben wir damals Coppercress als Deko genommen, also das war eine reine Dekorationssache. Wenn du Schemmerz als Hilde, wer uns dann so ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen, ein bisschen weitergebracht hat, ein bisschen erzählt hat, hinterfragt man dann die Sachen, was das Produkt eigentlich macht, was das Produkt in dir im Körper anrichtet und deswegen schauen wir so ein bisschen auch in die Richtung Healthy Food und so. Was schwierig ist, gerade mit der Thüringer Küche das zu vereinbaren, weil die Thüringer Küche ist sehr fett, sehr viel und kräftig ist. Allerdings ein Stück weit geht das doch zu kombinieren. Man muss es halt eben hinterfragen, das tun viel zu wenig, um wirklich zu überlegen, Mensch, was macht das eigentlich mit mir, das Produkt. Ich wurde ja letztendlich auch nur erstmal durch ein Modell darauf gestoßen und wenn du keinen hast, der dir das erzählt, der dir das auch ein bisschen näher bringen kann, das Wissen haben wir ja nicht, das ist ja kein Allgemeinwissen oder so. Das ist schon wirklich gut, das bringt dich auch ein bisschen weiter. Ich meine, das erweiterte dein Bewusstsein so ein bisschen und du schaust dir ein bisschen genauer hin und du hast ja auch nicht jeden Tag die Möglichkeit Antifische Chefs zu treffen, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau arbeiten. Ich glaube, das bringt viel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.